Leute, was geht ab? Heute machen wir von McDonalds Pokémon-Karten auf. 25 Jahre Pokémon mit verschiedenen Bildern von drauf. Einmal mit Pikachu, ist überall Pikachu. Dann hier mit Weiß und Pikachu von drauf. Dann nochmal ein rotes und ein schwarzes. Und wir machen welche auf. Hier ist das Booster. Hier sind Sticker mit Pikachu, Glumander und so. Hier sind solche Hintergründe. Einmal einen Wald. Und ein Strand. Und hier in der Packung ist noch so ein Rätsel drin. Hier ist das Booster, das wir jetzt aufmachen. 25 Jahre Pokémon steht ja auch hier drauf. Und eine Holo, weil da überall eine Holo drin ist. Hier ist Pikachu. Hier steht der überall dran, 25 Jahre. Hier ist das Booster. Hier ist eine Schachtel, glaube ich, wo du deine Schachtel zusammenstecken kannst. Ja, doch, glaube ich. Keine Ahnung, was das hier ist. Vielleicht auch, wo man eine Schachtel zusammenstecken kann. Und hier ist auch wieder so ein Rätsel drin. Hier ist das, was wir gerade gezogen haben. Hier ist wieder das, was wir gerade gezogen haben. Die Holo. Mit Glumander baut's. Hier ist wieder das Booster. Hier ist ein Pikachu und ein Pokéball und ein Pokéball als Sticker. Hier sind nochmal Sticker. Nochmal Sticker. Und nochmal Sticker. Und hier ist wieder so ein Rätsel. Sieht auch gut aus, die Holo. Pikachu. Hier ist das Booster. Dann ist hier wieder so wie so eine Schachtel. Das hier auch wieder. Und wieder hier so ein Rätsel. Und wieder hier so ein Rätsel. Und hier so ein Rätsel. Hier. Jetzt das hier. Hier ist das Booster. Was ist denn das hier? Hä? Hinten steht so eine Anleitung drauf. Ach so, das ist ein Bild. Das kann man als Bild benutzen. Ist ja geil. Und hier ist wieder so ein Rätsel, oder wo man es ausmalen kann. Ein Hopplo. Und ein Bounce. Hier ist wieder so wie ein Bild. Und hier wieder was zum Ausmalen. Die Kamera ist gerade so geschlagen. Egal. Auch eine schöne Holo. Pikachu. Shiggy. Hier sind wieder solche Sticker. Nochmal so ein Sticker. Und wieder so ein Rätsel. Wie so ist das? Shiggy. Hier ist wieder ein Bild. Und hier wieder was zum Ausmalen. Nochmal Hopplo. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.